In der Talentakademie OWL wollen wir Schülerinnen und Schüler unterstützen dabei ihren Traum zu leben. Wir wollen ihnen helfen, ihre Meisterschaft in ihrem Fach Instrument, Tanz, Kultur allgemein zu finden und damit etwas zu erreichen. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt und wir kriegen auch ein Feedback und das ist auf jeden Fall sehr schön. Die Talentakademie macht für mich aus, dass man sich toll vernetzen kann und super gefördert wird. Es war immer total viel Freude dabei und das war echt eine tolle Zeit. Was ich sehr gut fand an der Talentakademie ist, dass man auch mal konstruktive Kritik von anderen Personen bekommen hat als von seinen Lehrern oder seinen Eltern. An der Talentakademie gefällt mir besonders gut, dass man viele andere Jugendliche kennenlernt, die auch offen für Neues sind und mit denen man dann neue Erfahrungen sammeln kann und neue Dinge erleben kann. Meine Szene ist, nächstes Jahr Musik auf Lärm zu studieren und dadurch ist die Talentakademie halt ein wichtiger Punkt für mich erstmal, überhaupt das Gefühl für ein Vorspiel zu kriegen und es unterstützt mich halt auf meinen Weg dahin für die Ausbildung. Musikschulen in OWL haben sich zusammengetan, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Auch die Musikhochschulen sind mit im Boot ziehen an einem Strang. Wir haben die studienvorbereitende Ausbildung in die Talentakademie OWL integriert, setzen aber auch zu einem früheren Zeitpunkt an, um auch jüngere Schülerinnen und Schüler schon zu fördern, die später vielleicht in einem Musikstudium sich entwickeln wollen. Und alle Schülerinnen und Schüler, die sich engagieren wollen in ihrer Musikschule, in ihrem Ensemble, die sind herzwillkommen und dürfen profitieren. Man bekommt also nicht nur den Unterricht an der Musikschule von einem Lehrer oder einer Lehrerin, sondern man hat auch mal Unterricht in einem Workshop an einer Hochschule, einer Partnerhochschule wie Detmold oder Osnabrück oder es kommen auch andere Gastdozenten und dann gibt es den Theorieunterricht, den man auch bei uns anbietet, um eben Verständnis zu bekommen, wie eine Komposition auch aufgebaut ist oder vielleicht auch selber zu komponieren. Wir haben einige Schüler, die machen sehr schöne Kompositionen, die wir sogar auch mit unserem Orchester dann aufführen. Das macht natürlich besonders Spaß. Die Talentakademie hilft mir, dass ich keinen Lampenfieber habe und dass ich nicht mehr aufgeregt bin. Ich kann da richtig viele neue Leute kennen hier. Man wird generell in vielen verschiedenen Richtungen gefördert. Man hat Spaß im Vorspielen und kann auch hier ganz viel lernen. Ein Rundum-Paket ist das einfach. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020